Grüß Gott und Hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen zu meiner Spezialsprechstunde begrüße ich Sie herzlich. Es geht um Meningokokkeninfektionen. Sie gehören zu den von uns Ärzten gefürchtetsten Krankheiten. Und das hat damit zu tun, dass sie sehr schwer zu erkennen sind und diese Infektionen sehr schnell zu lebensbedrohlichen Verläufen ja leider auch in 10% aller Fälle zum Tode führen. Es gibt weltweit über zwölf verschiedene Meningokokken-Typen, wobei in Europa bei uns nur fünf davon von Bedeutung sind, nämlich die Typen A, B, C, W und Y. Und der Typ B kommt bei uns mit Abstand am häufigsten vor, gefolgt von dem Typ C und Y und dann den anderen. Meningokokken-Bakterien kommen nur bei uns Menschen vor, also nicht bei Haustieren. 10% aller normal gesunden Menschen, bei Jugendlichen sind es sogar 20%, tragen diese Meningokokken-Bakterien auf ihren Schleimhäuten, im Mund und in der Nase. Und von dort werden sie über Tröpfchen an die Mitmenschen weitergegeben. Durch Niesen, Husten, auch schon allein beim Sprechen, durch das gemeinsame Benützen eines Glases oder einer Flasche, beim Küssen natürlich oder auch beim gemeinsamen Rauchen einer Shisha-Pfeife mit nur einem Mundstück. Normalerweise hält ein stabiles und gesundes Immunsystem die Meningokokken davon ab, in den Körper einzudringen und Unheil anzurichten. Aber nicht immer klappt das. Und so kommt es in Deutschland pro Jahr zu ungefähr 300 Meningokokken-Erkrankungen mit schweren Verläufen. Also ungefähr einmal am Tag kommt das in Deutschland vor. Und zwei Drittel aller Meningokokken-Erkrankungen verlaufen als Meningitis, da kommt auch dieser Name Meningokokken her. Und ein Drittel in Form einer Sepsis, das heißt Blutvergiftung. Meningokokken-Infektionen beginnen oft wie krepale Infekte, also mit Unwohlsein, Kopfschmerzen, Fieber. Innerhalb von wenigen Stunden kann es dann allerdings zu einer schweren Verschlimmerung kommen, bis hin zu Haut-Einblutungen. Sodass dann eine eigentlich gut wirksame Behandlung mit Antibiotika oft zu spät kommt und es zu bleibenden Schäden wie Amputationen oder leider auch viel zu häufig zu Todeswellen kommt. Meningokokken-Infektionen betreffen hauptsächlich Kinder und bei ihnen wiederum vor allem die Babys im ersten Lebensjahr. Und auch Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren sind am häufigsten von Meningokokken-Infektionen bedroht. Erwachsene kann es auch treffen, aber Gott sei Dank selten. Vor Meningokokken-Infektionen kann man sich als Mensch eigentlich nur auf zwei Arten schützen. Die erste ist etwas unpraktisch. Es würde bedeuten, dass man keinen Kontakt mit anderen Menschen pflegt. Die zweite, von mir empfohlene, ist der Erwerb von eigenen Antikörpern über eine Meningokokken-Schutzimpfung. Es gibt gegen alle fünf Arten von Meningokokken, die in Deutschland vorkommen, Impfstoffe. Die Meningokokken-C-Impfung ist seit 2006 Bestandteil der STIKO-Impfempfehlung und deshalb sind die meisten Kinder seit 2006 auch gegen die Meningokokken-C-Infektion geschützt durch die Impfung. Einen Impfstoff gegen den bei uns häufigsten Typ B gibt es seit ein paar Jahren auch. Sprechen Sie darüber mit Ihrem Kinderarzt. Leider kann auch ich selbst von einem tragischen Verlauf berichten. Der 15-jährige Pitt kam zu mir mit Ohrenschmerzen in die Praxis. Wir dachten beide, dass die Schmerzen von Ohrschmalzfröpfen herrührte. Er gab auch an, nach dem Ausspülen seien die Schmerzen wieder weg. In Wirklichkeit aber waren das Schmerzen, die durch Einblutungen in das Innenohr entstanden waren, so deute ich das heute. Solche Blutungen sind aber von außen nicht zu erkennen. Zweieinhalb Stunden später nach unserem Treffen klagte er über Unwohlsein und hatte Schüttelfrost. Ich dachte, dass er einen krippalen Infekt ausbrüten würde. Als er dann am nächsten Tag zu mir in die Praxis kam, hatte er bereits einen merkwürdigen Ausschlag über seinen ganzen Körper und der sah so aus. Ich erkannte sofort, dass es sich dabei um das sogenannte Waterhouse-Friedrichsen-Syndrom handelt, also eine Erkrankung mit Einblutungen in die Haut, die durch eine massive Störung des Gerinnungssystems durch eine Meningokokken-Blutvergiftung entstanden war. Solche Blutungen waren bei Pitt in allen inneren Organen genauso wie in der Haut vorhanden, im Kopf und vor allem im Herzmuskel, was dann auch knappe zwei Stunden später zum Herzstillstand und zum Tod führte. Pitt war innerhalb von 23 Stunden nach dem Auftreten des ersten Symptoms Ohrweh tot. Die einzige Chance, die Pitt gehabt hätte, wäre das Vorhandensein von Antikörpern gewesen, die er durch die Impfung gegen den Typ B, der bei ihm vorlag, bekommen hätte. Die Eltern von Pitt, die von dieser Krankheit und dem Verlauf total überrascht wurden, baten mich, alles dafür zu tun, dass nicht noch mehr Eltern den Tod ihres Kindes beklagen müssen, weil die Impfung nicht durchgeführt wurde. Durch das Erzählen dieser Geschichte von Pitt komme ich dieser Bitte nach. Die Erkrankung und der Tod von Pitt wurde über einen großen Zeitungsartikel in unserer Region publik gemacht. Die Folge davon war, dass sich seither auf Wunsch vieler Eltern fünf bis zehn Meningokokken-B-Impfungen pro Tag zusätzlich zu allem anderen meiner Sprechstundentätigkeit durchführe. Auch wenn dies einen enormen Mehraufwand für unsere Sprechstunde bedeutet, bin ich doch jedes Mal froh, wenn meine Babys, die Kinder und die Jugendlichen nach Abschluss der Impfungen, bei Kindern unter zwei Jahren sind es drei, bei den älteren zwei, vor dieser tückischen Erkrankung geschützt sind. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020